Was ist Jüß? Ein Gegner! Jüß? Ist es nicht nur einer Jüßes, was? Was ist Jüßes? Was ist Jüßes? Was ist Jüßes? Was ist Jüßes? Ich habe nur diese Kackscope bei R. Dass Leute ganz am Ende landen, das habe ich so noch nie gemacht. Was ist Jüßes? Was macht dieses Spiel? Der Typ hat da hinten mich nicht getroffen, wo ich mich nicht mal bewegt habe. Aber dieser Jakoberspieler ist einfach nur todeschlecht. Extra einbauen, damit man gleich davon gehetzt schadet wird. Mit der Piste bin ich hier wie Trimax, also. Den Piston 2L kann man mich genauso nicht zerstören wie bei Trimax. Kleine. Kleine. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er trifft. Er trifft. Er läuft. Er läuft. Das war's. 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 Das das geklappt hat, das hätte ich nicht erwartet. Weil was ich da gemacht habe, das war crazy, man. Ich hab da einfach gewartet. Ich hab einfach die Wand kaputtgeschlagen. Und danach der, ähm, ja, ich, das ist meine Wand, ich kann sie editieren. Und da merkt er grad so, oh, das ist ein Report. Und da, BAM, in die Fresse gekommen. Das passiert auch, wenn man die ganze Zeit durch den Spieler in den Fählen rausholen will. Genau, ey, Schuss. Wo bist du denn, mein kleiner Kugela-Junkie? Was ist der Kugela-Junkie? Was ist der Kugela-Junkie? Was ist der Kugela-Junkie? Ich bin der Kugela-Junkie. Was ist der Kugela-Junkie? Ich bin der Kugela-Junkie. Schengza der geht überall man weiß nicht wo er ist weil er wieder wie ein Ghost spielt kann nur hier irgendwo nicht es ist es ist Das ist ein Trapp. Wo ist jemand? Dicker! Wie kannst du die so gut verkennen, dass ich dich nicht finde? Ich finde ihn einfach nicht. Ich finde ihn einfach nicht. Da macht sich das nicht was. Hier bin ich genommen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.